Dass es auch hinten gefährlich werden kann, zwei Minuten später aber dann wieder vorne. Flanke von Nebel und Matanovic nimmt ihn direkt! Das 2 zu 0! Was für ein Spiel von Igor Matanovic, Torvorlage vorhin, das war die erste Torbeteiligung in dieser Saison und dann trifft er direkt später selbst auch noch.